Die Ungeduld der Fische, das ist es, was mir hier in den Sinn kommt. Nicht nur, dass sie gefangen, eingesperrt hinter Glas gesteckt wurden, sie gehören auch noch derselben Spezies an wie ich. Denn jetzt und hier fühle ich mich als Fisch. Ich bin gezwungen, vor einer Scheibe hinter Glas vor einem fremden Blick zu erscheinen. Man lässt mich warten, eine gewisse Zeit lang, so lange wie eben nötig. Und ich frage mich, welche Erfahrung der Zeit haben Fische? Ich stelle sie mir manchmal als eine Abbildung der Hölle vor. Ich bin in einem Land groß geworden, in Algerien, in dem man lernen musste, sich zu gewöhnen. Aber man gewöhnt sich nie an etwas. Ich bin nun mal, und vermutlich nicht als einziger, in der Situation eines Auswanderers, beziehungsweise des heimlichen Einwanderers, der unsichtbar bleiben muss. Und von dieser Situation aus, die nicht einmal eine ist und auch keine Städte, sondern ein Nicht-Ort, von diesem Standort ohne Ort durchwandere ich und nicht ohne Liebe Städten wie diese hier, als ein Maran ohne Papiere. Und von diesem Standort ohne Ort durchwandere ich, an der rote auszudenken. und von diesem Standort ohne Ort durchwandere ich den Augen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017